Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu The Invincible. Ähm, ja. Es wird ziemlich heiß hier werden. Wir kämpfen jetzt also gegen diese Wolke. Und ich glaube nicht, dass das gut rauskommt. Und ich habe ein bisschen Respekt davor. Nicht so schlecht enden. Ich glaube nicht. Was ist das? Was soll ich tun? Komm schon, erzähl mir, wo zu schießen. Das ist nicht so einfach. Es sind zu viele. Schau sie! Oh, komm schon! Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Um... Shit, Junge, wir müssen hier weg. Wir schaffen das nicht. Shit. Geh etwas über das, was du? Rehitra, bist du da? Was ist mit dir passiert? Rehitra? Hard to come. Rehitra? Rehitra? Where the fuck are you? Wie soll ich den nach ihm sehen? Er ist hier nicht mehr drin. Ist er zu diesem Schiff gegangen? Und verschwindet von hier? Ah, shit. Oh my God. Oh my God. Ein Ergebot zu verteidigen. Ist da... Ja, wir werden nicht mehr hier, was du? Oher wir sind. Ich meine... Keine Hände. Was ist hier? Ich bin nicht mehr im Leben. Wer die hellen? Ist das nicht so einfach? Condor! Du wirst nicht eigentlich jemand auf dem Schiff zu überleben, oder? Ich bin nicht so nahe. Ich brauche Condor selbst. In order to... Äh... Hä? War das ein Block? Cyclops? Das ist ein Kodename für... Ich hoffe, du bist richtig. Ich habe gehört über deine Macht mehr als einmal. Und all I see is one defeat after another. Und wenn du gehst, dann ist es 50-50. Sending the Cyclops somewhere ist... Es ist wie giving the past to the devil himself. Schau, du kannst eine einfache Wahl, Yastam. Gehst du, oder nicht? Geh, wo es Wasser, Medizin, Ressourcen gibt. Oder bleib hier, um sterben. Wow, so eine schwierige Wahl. Ich hoffe, ich werde es nicht vergessen. Ich weiß nicht, dass du vorhin hast, dass du eine Arschung aufgerüstet hast. Aber wir können nach Condor nach Condor direkt aus. Oder sogar in Orbit. Working ist ein großer Wort. Es ist nur ein Pinzern mit ein paar Spannungsgeräte. Kontrollen es, technisch nicht funktioniert. Ich werde es nicht überlegen. Wir gehen. Ich werde es nicht überlegen. Ich warte, dass die Kraft schmerzt wird. Das sollte bald sein... Ah! Hold on, was it? Er... Er ist nicht hier. Reitra. Er hat seine Männer nach dem Land. Sie sind in derzeit. Wie kennst du das alles? Ich hörte ihn mit ihnen zu sprechen. Zu dir. Hat er nicht gesehen, dass ich nicht reagiert habe? Ja, er hat gesagt. Er sagte, er wird zurück. Wenn er mir hier erwartet hat, ist er verstanden. Wieso nicht gleich von Anfang an losfliegen? Was fliegen? Ja. 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 Rehichel wastes no time. Ist es schon attackiert? Für jetzt, er hat nur den Cyclops verlassen. Das heißt es. Was er denkt er? Es fließt majestellt, drei Meter über den Boden. Ah, was sieht es aus? Ich muss nicht sehen, dass ich keine Bilder von den Cyclops gesehen habe. Die Alliance versucht, ihre Existenz zu behalten. Es ist großartig. Es ist größer als ein Transporter. Its Launcher sind jetzt hidden. Aber für einen Moment, es gibt so eine Unzettlinge impression. Es macht keine Geräusche? Nein. Es ist groß und quiet. Ah, well. If only we could get hold of its Blueprints. Das ist gar nicht die Zeit, Astrogator. Ja, ja. Another Zeit. Ich muss auf die Rehichel zu finden. Es suppresses warlike Tendenzies. Without spirit. Without glory. Glory? I'm thinking out loud. This cruiser of there seems so powerful. Worthy of the mightiest space conquerors. Yet on this planet, all that awaited its crew was death. Not glory. Actually, könnte man sich jetzt hier noch sehr umschauen. Ob man das findet? Keine Ahnung. Ich dachte mir vorhin gerade, wenn das Riesenteil hier schon der Kondor ist, wie groß ist denn bitte? The Invincible? Wetter. Schwere. Herr Quarters war richtig über die Invincible. Es ist eigentlich fliegt hier. Wenn ich das Wort richtig lebe, dann wird sie hier in ein paar Tage, und sie suchen den Kondor nicht. Und sie haben keine Ahnung über die Gefahr. In andere Weise, es löst die Geschichte, warum sie hier sind. Sie sind auf eine Rieskuhmission. Und wir haben sie als Fähigkeiten behandelt. Junge, Junge. Geh an Bord. Der Kondor. So, hier drin müssen ja Leute sein, die lebend sind, oder nicht? Ich bin in der Kondor-Holter. Wolle mir Glück, Hastrogator. Kondor. Der Kondor. Boah. Noch mehr Leichen. Überall Verwüstung. Tote Menschen. Perfekte Maschinen. Okay, ich muss mich da auch kurz umschauen. Gibt wahrscheinlich nichts Spannendes hier. Nee. Ein Androbot, der auch tot ist. All der Jungen, 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 Jungen. arer, Jungen-Jungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Can you hear me now? Loud and clear, Doctor. Over and out. Kartonle, Zigaret. Ja, wow, dann kann ich auch etwas machen. Ich weiß nicht, dass ich da drüben bin. Sehr geehrte Leitende Servicetechniker. Ich schreibe dir vorschriftsmässig und wie von dir selbst in unserem Gespräch angeraten, auf formellen Wege. In diesem Sinne möchte ich schriftlich noch einmal bekräftigen, was ich bereits mündlich berichtet habe. Auf unserer letzten Erkundungsmission ereignete sich folgender Vorfall. Nachdem unsere Fahrzeugkolonne einen verdeckten Steppenläufer aus metallartigen Drähten überrollte, versank ein Bein des Antimed in einem Spalt, den weder ich noch unsere anderen Navigatoren hätten kommen sehen können. Daraufhin sprangen zwei Arktanen von einem Fahrzeug, um die feststeckende Maschine zu befreien. Obwohl einer der Arktanen bei diesem Vorhaben zu Schaden kam, brachten sie das Manöver zu einem erfolgreichen Ende. Daraufhin wurde er über eine Woche im Wartungsbereich festgehalten. Ich wiederhole, eine Woche. Mir ist bewusst, dass Arktanen in die, als Kanonfutter bezeichnete, Ausrüstungsklasse fahren. Zumindest betrachte ich das als ihre Aufgabe unter schwierigen Bedingungen, beispielsweise auf unerforschten, brennenden Planeten, in eisigen Umgebungen oder in einer Wüste voller Felsspalten wie dieser. Und dass dies auch die Intention ihrer Erbauer war. Ich schätze, dass ich mir auch im Klaren darüber sein muss, dass die erforderliche Zeit zur Reparatur von lächerlich überdimensionierten Roboterfüssen länger ist als dem gesunden Menschenverstand bei einer im Grunde einfachen Wartungsmassnahme vermittelbar. Was? Offenbar sind meine kognitiven Fähigkeiten in diesem Bereich stark begrenzt, wenn es mir verdammt nochmal nicht in den Kopf gehen will, wie man so lange für eine Reparatur brauchen kann. Deswegen appelliere ich an deinen Berufsethos, wenn ich darauf bestehe, dass der zuvor erwähnte Arktan meine Division, der zwar kein vollwertiges Mitglied der Mission ist, dennoch ein wichtiges Asset darstellt, für das du, ich und die gesamte Allianz sowie seine edlen Schöpfer verantwortlich sind. Entweder habe ich hier komisch gelesen, oder ich habe gar nichts verstanden, weil die Sätze ziemlich weird sind. Natürlich, noch mehr Leichen. Entschuldigung, aber du brauchst das nicht mehr. Upper Deck. Aber ich muss doch, ich muss kurz dahin. Es interessiert mich, ob ich hier irgendwas machen kann. Ich kann zumindest hoch. Alter, das sah so verdächtig aus. Oh. So. Ich finde es irgendwie schön wenn Yasa sich, Yasa da vor sich her sollt, und singt. Okay, so ging es also auch zum Upper Deck. Wir brauchen die Karte gar nicht. Mega viele Endymats. Das Schiff ist riesig. Noch einer mehr. Komm, ich laufe mal kurz hier rundherum. Um zu schauen, ob ich irgendwas verpasse. Aber wahrscheinlich ist es am Schluss ziemlich linear, bis es scheint. Und ich denke, wir sind dem Ende ziemlich nah. Kurze Mitteilung, die mit freundlicher Genehmigung des Kommandos an die Allgemeinheit weitergegeben wird. Wichtig. Eine Uhr der Marke Delbana mit einem Ziffernblatt in Form eines Seesterns wurde als verloren gemeldet. Sie befindet sich seit vier Generationen in Familienbesitz. Eins von einem Vater repariert, der als Uhrmacher tätig war. Getragen von einem Sohn, der als Astrophysiker arbeitete. Das Phänomen der kosmischen Zeit, die Latation mindert, weder den sentimentalen Wert des Objekts noch ermöglicht es, nach dem er derzeitigen Stand der Forschung in der Zeit zurückzugehen und das Artefakt nicht zu verlieren. Der freundliche Erfinder wird daher gebeten, es zurückzugeben. Charco, Astrophysiker im zweiten Deck. Warum auch irgendwie jetzt ein Lift hier oben ist? Ruhitra? Okay, ich bin noch nicht auf der Brücke, aber ich komme näher, viel näher, Rehitra. Das aber erst in der nächsten Folge von The Invincible. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.